Welt 8, 4 steht an. Wir stehen eigentlich kurz vor dem Finale und deswegen geben wir jetzt hier nochmal Vollgas. Bisher lief es ja nicht so schlecht in... Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, oh, oh. Es ist dunkel. Uncool. Ach, unter Wasser auch noch. Ach, du Scheiße. Das könnt ihr doch nicht wirklich von mir verlangen, oder? Oh mein Gott. Ach, du Scheiße. Okay, ich glaube, das wird bisher das Knackigste von allen. Ich kann die Lichter töten. Wobei man ja schon fast sagen sollte, es wäre clever, wenn man sie nicht tötet. Jetzt geht ihr erst mal verrecken. Ach, guck mal, da haben wir direkt eine Starcoin. Ich kann ja eh nicht unter Wasser mit denen. Aber ich kann zumindest mal hier oben lang. Das war ja irgendwie klar. Irgendwie so fast das Gefühl, ich kann das ganze Level so machen. Vielleicht sollte ich die Teile einfach mal benutzen, damit ich hier ein bisschen Licht habe. Weil ich meine, man sieht ja nichts. Gar nichts. Da unten ist eine Röhre. Die könnte geheim sein. Die man nämlich jetzt auch eben nur aufgrund des Lichts sieht. Und ist da eine Starcoin wenigstens? Nö, warum auch? Toll. Ganz toll. Oh, und jetzt sind natürlich auch alle wieder da. Das war auch klar. Oh, geht doch. Alle sterben! Das Level gefällt mir überhaupt nicht. So, bitte mal wenigstens die Hälfte oder so. Machen die Licht, bringen die mich um. Was ist deren Lebensaufgabe? Warum sind die gefangen? Ah, die befreien sich, sobald ich den Knopf drücke, um hier an die Starcoin zu kommen. Clever! Vor allem werden es nicht weniger sein. Einfach alles killen, was ich sehe. Alles killen, was ich sehe. Vorsichtig weiterschwimmen. Es ist dunkel! Es ist dunkel! Okay. Dich muss ich hier sogar töten. Sehe ich das richtig? Naja, mehr oder weniger. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich hier noch eine Starcoin übersehen habe. Und dann muss ich nochmal an das Level. Und dann... Ne, okay, alles klar. Da scheint noch ein bisschen mehr zu kommen. Da scheint noch etwas mehr zu kommen. Das war irgendwie Zeug, das mir nicht sympathisch ist auf den ersten Schlag. Aber das war klar. Oh! Oh, ich habe die letzte Starcoin! Jetzt ist nur die Frage, wie überlebe ich? Oh! Oh, das wäre natürlich jetzt nah, als wenn das das Ende ist. Und ich muss nicht dann nochmal... Boah, wäre das geil, wenn ich das Level schaffe. Aber ich muss hier nie wieder rein. Ui! Nice! I like that! Das ist ja mal richtig klasse. Das finde ich richtig gut. So, dann machen wir gleich weiter. 8, 5, 8, 6. Secret sieht nicht so aus, als gäbe es hier eins. Wie sehr? Alles in Ordnung. Oh, ne, 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 ne. Oh, ein Scrolling-Level, was ich auch noch selbst steuern muss, teilweise. Uncool. Sehr uncool. Komm, geh kaputt. Chill jetzt hier. So, hier wird es wohl unvermeidlich sein. Okay, ich springe runter. Hier ist schon Halbzeit. Oh Gott, oh Gott! Was, was, was? Oh, ne, 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 ne. Ne, ich weiß, was sie da von mir wollen. Jo. Jetzt muss das Ding verschwinden. Komm, bitte. Ab. Hau ab. Nice! Hau du auch ab. Ui! Oh, ne! Schade. Ich dachte, ich hätte... Ähm. Da war ja gar kein Boden. Da war ja gar kein Boden. Ich dachte, da ist ein Boden. Oh. Ja, dann... Äh, nö? Uncool. Nein, 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 warte mal. Oh Gott, das ist ein Stress. Das ist ein Stress, ey. Nein, nein, warum denn? Ich dachte, ich kann hier chillen. Warum springe ich denn? Ja, das war klar, da konnte ich jetzt nichts machen Okay, die Krähen sind ja wirklich ätzend Die Krähen sind ja wirklich ätzend So, das kriegen wir hin War eigentlich klar, dass das passiert, oder? Scheiße Das kann ich mich ja gleich umbringen eigentlich, weil Ich komme ja nicht mehr ran Ja Ich komme ja nicht mehr ran, was soll's also Weil wenn, dann nehme ich schon alles mit Ah, die ist ab Okay Komm rüber, 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 rüber Jawoll Das kann ich die scheiß, will ich ja nämlich einfach killen Ja, dann macht es die Sache schon mal gleich ganz angenehm Das gibt es ja wohl nicht, oder? Dass mir das jetzt wirklich passiert Nein, 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 nein Nein Oh je, da Oh mein Okay, hier machen sie nicht nochmal Hier trollen sie einen nicht nochmal Dann sollte ich das jetzt eigentlich geschafft haben Ja, immerhin Hat zwar ein bisschen gedauert Aber immerhin habe ich auch hier alles Jetzt schaffe ich noch das und dann haben wir im nächsten Part das Finale Das wäre so super Wobei ich erst alle anderen Star Coins nachholen werde Aber eigentlich ist es wurscht, es kommt ja eh noch in der Welt Schau, Momoi Oh ne, 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 eine steigende Lava Oh Zeitdruck Level Deluxe Ich hasse sie Hier, geh verrecken Hallo, ich muss da hoch Oh mein Gott, hier bleibt nicht viel Oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut Gib mir das Das ist gut, gib mir das Oh, warte, 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 warte Oh, ich wollte gerade sagen, ey Ich hätte es mir jetzt fast verkackt Fast hätte ich es mir jetzt verkackt Scheiß auf die blöden Oh, da ist direkt der nächste Aber auch hier scheiße ich auf alles Oh ja, das ist gut Also mit dem Propellerpilz ist das hier sogar relativ easy Ohne Ohne, denke ich mir Hätte ich hier richtige Probleme bekommen Sogar so krasse Probleme Dass ich Echt verzweifelt wäre Oh, knapp Aber gut gegangen So, wo ist jetzt die letzte, hä? Oh Oh shit Ich glaube, jetzt habe ich hier was übersehen, oder? Warum sind da die Dinger? Warum sind da die Dinger? Okay, hier ist scheinbar nichts Hoch, 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 hoch Oh doch, da, da, da Da ist was, oder? Oh, die Münzen haben mich da gerade so stutzig gemacht Oh, da oben ist sie ja Komm, 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 das schaffen wir Nein Oh Gott, oh Gott Jetzt muss ich mich auf das Ding verlassen Oh Gott, gib Gas, gib Gas, gib Gas Oh nein Was tue ich denn? Nein Oh, ich hätte es fast geschafft Ich wette, ich schaffe jetzt nichts mehr Jetzt ist es wieder vorbei Ganze Level muss ich jetzt auch ohne Ohne Propeller schaffen Kann ich voll vergessen Oh, das war wieder so typisch Das war der klassische Wolf Oh, stark Oh, stark Und ich habe nicht mal mehr einen Propellerpilz im Inventar Oh Mann, ey Ja, gut Ich könnte es eigentlich mir einfacher machen Wenn ich am Anfang ein Item nehme Dann kriege ich ja den Propellerpilz Genau Dann bringe ich mich jetzt einfach um Weil dann habe ich eigentlich viel weniger Stress Steht, worauf ich hinaus will Wenn ich hier schon groß bin Dann kriege ich da oben ja den Propellerpilz Und dann ist die Sache etwas einfacher Zwar muss ich jetzt den Teil immer wieder machen Und bestehen Aber ich sage es mal so Das kann man, wenn man kein Vollhorst ist Und hier hole ich mir dann einfach den Propellerpilz Ich gehe hier trotzdem jetzt einfach mal auf Nummer sicher Bringt mich ja nicht um So, hier weiß ich ja jetzt auch Dass man mich nicht verarschen will Das heißt, ich kann hier gleich hoch Da oben war der letzte Starcoin Und schon ist die Sache für mich Noch nicht gelaufen Aber jetzt Okay, naja Gut, dann mache ich ja doch nicht ganz so den klassischen Das ist sehr beruhigend, muss ich sagen Marudan Ja Ja, und dann sind wir wohl tatsächlich jetzt beim Finale, ne Das ist ja ganz hübsch Was uns jetzt fehlt Ist hier eine Starcoin und im ersten Level Ach, ich glaube ich mache die jetzt noch schnell Ja, kein Zweifel Die Starcoin hier im Fortress Ist definitiv auch ziemlich edel versteckt Und mit Sicherheit nicht einfach Zumindest zu finden schon gleich Gar nicht Ich muss hier rauf Und dann muss ich Oh mein Gott Verkackt Ja, wie gesagt Ist nicht einfach Muss perfekt loslaufen Und dann Verdammte Scheiße Ach, ich bleibe einfach hier oben drauf Und dann muss man da oben rein Also das ist auch schon jetzt ein Versteck Ist es gut Und hier ist natürlich Alter Oh oh Gut Dass hier noch sowas ist Oh, warte mal Warte mal Da sollte ich vielleicht etwas cleverer vorgehen Zum Beispiel so Okay Dann hätte ich hier immerhin die Starcoin Jetzt muss ich aber den scheiß Boss nochmal schaffen Und natürlich den ganzen Weg nochmal nach oben Bäh Genau Nehmen wir nochmal Vorsicht Toll Nein Was tue ich Oh ne Ja, ich weiß Die Münze ist ja gesaved Aber Ach hier Wow Das war knapp Na, kommt das Teil auch irgendwann nochmal Schade wäre mir schon lieber gewesen Wenn ich hier mit Zwei Treffern Reingegangen wäre Aber egal Ich schaff das jetzt Und dann nur noch die Starcoin aus 8.1 Und dann hab ich die Scheiße Ja So So Kamek Schön da hochgelassen Sehr schön gemacht Komm Wo bist du als letztes Da hinten irgendwo War klar Ha Erwischt Kamek In your face Oh yeah So Und ja Hier hinten in Welt 1 Äh 8.1 Eigentlich wie zu erwarten Ne Dass hier hinten irgendwas ist Ich hab's mir jetzt ein bisschen erschwert Dadurch dass ich mich noch klein gemacht habe Gerade Ähm Sehr schwer sogar Aber Gott sei Dank reicht's doch irgendwie Oh scheiße Ach und dann kommt man hier raus Okay Und ja Mit diesem Dreisprung Haben wir dann eigentlich auch alles Jetzt fehlen nur noch Die aus dem Bowser Level Und dann ist Es geschafft Es geschafft